Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnnie und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Final Fantasy 6. So, wo war man denn stehen geblieben? Hier, genau, ich hab so einen Speicherplatz gesucht. Jetzt müssen wir erstmal hier alles absuchen und bla bla und hast du nicht gesehen? Duncan, mein Mann ist ein weltberühmter Kampfsportmeister. Mit seinen Schülern meditierte und trainierte auf Bergkolz. Jetzt hier irgendwas zu holen. Wir sind immer so, ja, immer mal ein bisschen absuchen. Ich kenne die Geheimnisse nicht, ich hab das, wie gesagt, hier einmal durchgespielt und dann nicht auf 100%. Da kann man wahrscheinlich irgendwann mal vorbei. Jetzt gehen wir erstmal hier durch, labern mit jedem. Das hausmörderische Teil der Stadt gehört dem reichsten Bürger, schön zu wissen. Er pisst dich. Ist hier was? Nö. Nein geht's auch nicht. Was laberst du da? Schon gehört, Bub Figaro ist im Sand versunken. Ihr würdet sie nicht finden, auch wenn ihr wüsstet, wo. Ah, hast du eine Ahnung, mein Freund. Was war denn hier? War ich hier schon? Blau, oder? Tonnegehalten. Geht doch. Das sind immer so Sachen, die kann man so nicht sehen, da muss man manchmal... Ich glaub, man kann nicht alles sehen. Bin ich zum reichsten? Ja, wahrscheinlich, nee. Na, komm her. Eine Großvater dientet dem reichsten Bürger der Stadt. Ah, okay. Schön für ihn. Ich bin fertig, geh weg. Okay. Aha. Ich mag keine Fremden an der Flasche Schnaps. Was? Ich mag keine Fremden an der Flasche Schnaps und vielleicht rede ich. Dann muss ich dir Schnaps kaufen. Das ist zu... Also, dezent offensichtlich. Jetzt können wir hier raus und sind wahrscheinlich auf der anderen Seite. Wollen wir schon mal waren. Okay. Ach so, waren die Treppen. Ich, ja klar. Was ist das hier eigentlich? Ampe. Diverse Items. Ah. Kauf eine Tanne gegen... Ach das. Altstatus Stein. Altstatus Blind. Ich bin das ja von früher bei Zehner. Kauf Magie Echo. Altstatus Sturm. Ich kaufe einfach mal so ein paar Sandphönixfeder. Halt. Verwandte. Oh, scheiße. Was war das nochmal? Haben null Schlafsack. Haben drei. Oh, jetzt habe ich gleich zu viel ausgegeben. Hm. Ah, jetzt können wir hier erstmal so besuchen. Und aber gucken. Das ist aber normal, was ich spiele. Webcalls ist rüstlich von hier. Da muss man auch gleich sogar hin. Also man muss sich mal so spielten generell einfach dran gewöhnen, wenn man in eine neue Stadt kommt. Man muss überall mal gucken, ob irgendwas ist. Man muss mit allen Leuten sprechen. Ähm. Außer man kennt das alles. Dann ist natürlich klar, muss man das nicht. Gibt's hier irgendwas? Sag ich doch Warpsteine erhalten. Was ist denn der Warpstein? Äh... Alter. Gleicher Effekt wie Warp. Äh... Haben wir Relikte? Überhaupt keiner. Oh, dann Ausrüstung? Komm ich doch. Mal nix. Jetzt würde ich ja unten angezeigt bekommen, wie es sind will. Ja, wie gesagt, man muss sich halt einfach dran gewöhnen, dass bei solchen Spielen, dass man wirklich alles mögliche absucht und überall nachfragt. Weil manchmal sind... Also A, braucht man manche Informationen einfach, damit's weitergeht. Und dann ist es auch oft so, dass man... Hatte ich das hier? Oh, war ich wahrscheinlich schon. Und dann muss man halt einfach immer mal gucken. Äh... Es gibt viele versteckte Sachen dann auch, beziehungsweise Informationen, die nicht gerade unwichtig sind. Oder so versteckte Hinweise und ja. Deswegen sollte man... Immer mal nachschauen. Okay, gut. Was kostet das denn? Jetzt hab ich gar nicht geguckt, was das kostet vor lauter Geprabbel. Ach, das ist ja billig. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das... Ja... Bringt allen was. Okay, gut. Ich... Pff. Will jetzt eigentlich das Gold nicht ausgeben, weil ich glaube, wir sind eigentlich soweit ganz gut gerufen. Vor allem der Edgar macht ja mit seinem... Macht ja mit seinem Angriff eh auf alle Schaden oder so. Ja, da war ich ja eben. Da muss ich wahrscheinlich auch gleich wieder hin. Das ist hier. Das ist wahrscheinlich das Haus des reichsten Mannes. Da ist noch eine junge Frau. Da suche mich. Ist wirklich der Krieg ausgebrochen? Oh je, ich glaube, hier waren wir schon. Wir brauchen auf jeden Fall Wein. Da muss ich nochmal gucken. Wenn wir hier gleich durch... Wenn wir hier durch sind, dann warst du das wahrscheinlich. Hier, da ist nix. Reift von Osten an. So. Ey, was glaubt ihr, was ihr da tut? Sich hier einzuschlechten, wäre nicht ein Briefschreiber. Okay. Oh, Entschuldigung. Auch ein Millimeter erschrickt. Das ist dann so eine Herze allerliebste. Durch diesen Raum geht immer ein kalter Luftzug. Woher bloß... Okay, dann ist irgendwo Geheimgang. 100 Euro. Garantiert ist sie. Oder ist das nur... Sag ich doch. Oh Mann, wie cool. Das sind diese kleinen, ne? Hier ist wahrscheinlich... Was ist hier unten? Die Bibliothek. Ach ja. Da ist eine Tür. Da ist nix. Hier ist vielleicht auch nichts. Da ist noch eine Tür. Da sind ja mehrere Türen noch. Ein Speicherpunkt. Ich speichere aber jetzt nicht. Was ist hier? Aha. Hab ich doch. 500 Goldstuhl gefunden. Das nehmen wir doch mit. Eine alte Uhr. Sie tickt. 1000 Goldstuhl. Oh, geil. Ich kann mich gleich an diesen Gang erinnern. Da komme ich nicht an die Uhr ran. Was ist da hinten? Da geht's noch weiter. Na? Leer. Schade. 1500 Goldstuhl gefunden. Nix. Meine alte Uhr. Sie steht still. Das klingt nach einem kleinen Rätsel. Haha. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt irgendwas sein soll. Kann ich hier noch weiter? Nö. Das war's wahrscheinlich. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 7500 Gold. Was war das andere? Weg. Und vielleicht die Schritte. Ja. Das sind die Schritte. Tick. Video steht still. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht lösen werde. Kann ich an die Uhr ran? Nö. Gut, okay. Dann. Ist hier noch irgendwas? Nö. Das war's dann wahrscheinlich. Ah, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ihr seht, das sind so Kleinigkeiten. Im Moment ist es halt nur Gold. Aber es gibt so Sachen auch mit irgendwelchen, ähm, na, wie heißt's, mit irgendwelchen Items, Redikten und so Geschichten, die, mit denen wir dann natürlich unsere Leute ausrüsten können. Und wir werden sehr viel Zeugs brauchen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hin. Ist vielleicht gerade ein bisschen langweilig für euch. Nachvollziehbar für mich auch nicht unbedingt. Klang, 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 klang. Magier, Tier, Rüstung. Das findet ihr natürlich toll. Was ist da drin? Nichts gut. Zicke, komm her. Papa ist sehr wichtig. Für kurzem hat er mit General Lee zu Mittag gegessen. Brot, äh, hab ich nur erfunden. Ja, nee, ist klar. Stimmt ein Verräter. Drecksack. So, rüdle. Oh, raus hier. Dann, was kommt man hier raus? Nee. Äh, komm ich jetzt hier wieder raus? Ja. Geht's da hinten weiter? Tatsächlich. Hahaha. Und wieder was gefunden. Seht ihr? Klasse. Da ist noch eine Uhr. Elixier erhalten. Äh, geht's da jetzt weiter? Nee, da nicht. Und wieder was. Cool. Seht ihr? Das ist total lustig. Jetzt sind wir da unten. Was geht's hier? Oh. Wie hoch will ich jetzt nicht? Geht geradeaus. Hä? Nicht hier. Ach so. Cool. Haha. Nicht schlecht. Das werden wir vielleicht noch brauchen. Ähm. Gut, okay. Jetzt haben wir das dann durch. Ich will jetzt... Wo krieg ich jetzt Wein? Wo es war? Da oben ist das... Da gehen wir mal hin. Da rechts. Karte habe ich jetzt nichts zum Gucken. Ach, Kaffee. Krieg ich ein Kaffee, Wein? Weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Das liegt näher. Was ist das hier? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Ja, alles erkunden. Sorry. Ah, doch. Das... Ja. Aber haben wir schon mal. Denk ich zumindest. So. Kriegen wir hier Wein? Ich weiß, das ist eine Lampe, aber... Diverse Items müsste eigentlich... Ne, hier war kein Wein, ne? Was sagt die Uhr? Nichts. Kann nicht sprechen. Das hat sie verlernt. Äh. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten noch rüber? Gehen wir noch mal hier lang. Mhm. Ah, die Musik ist so schön. Ich kann's nur immer wieder holen. Die Musik ist so schön in dem Spiel. Kaffee und ein Stein? Das ist nur für mich. Ach, Relikte! Da müsste ich eigentlich die Dinger kaufen, aber will ich jetzt erstmal nicht. Ah, ne, innen will ich jetzt auch nicht. Wir sind hier aufgeladet. Speichern muss ich aber dann trotzdem vorher. Wo krieg ich jetzt... Ah, da ist Kaffee. Ach, das sollten wir wahrscheinlich auch oben machen. Ich glaube, ich verbunden. Kaffee. Wo krieg ich Wein her? Da haben wir halt Geleere geschwunden. Können wir mal mit dem Barkeeper sprechen, oder nicht? Ich... Huggas nahm seinen Vater, danke den übelsten Strenge, bla bla bla. Das hatte ich, glaube ich. Ich will Wein haben. Ja. Geht nicht. Ich will Wein haben. Wo krieg ich denn hier Wein her? Wir haben eine Strenge in der Stadt nach Lana. Wir sind nicht sicher. Die Kille hätte unerlaubt. Wie ist das? Alles klar. Wie bei einer Tegel, unheimlicher Kerl. Ja, ich will aber jetzt Wein haben. Ah, das ist jetzt wieder... Wo krieg ich jetzt Wein? Voraussetzung, ich brauche überhaupt Wein. Ich glaube nicht, dass wir Wein brauchen. Hier unten war ich ja schon. Ja, was war mit dem? Ach so, ich glaube, es muss jetzt zum alten Mal gebraucht werden. Ach, okay, das war... Ah, okay. Hätte ich den Wein vielleicht nehmen müssen? Hätte ich den überhaupt gebraucht? Brauche ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Das kann jetzt auch einfach nur Quatsch sein. Na ja, gut, komm. Lassen wir es mal gut sein. Ähm... Wir begeben uns jetzt hier raus. Und gehen nach... Ich glaube, Südfigaro war das. Und wir hin müssen. Lassen wir uns mal raus hier. Äh... Da geht's raus. Ach, der Hafen? Oh. Gibt es hier irgendwas noch? Das nächste Schiff fährt... Nirgendwohin. Das ist wichtig. Dass es nirgendwohin fährt. Nirgendwohin. Ich will nirgendwohin. Gut, okay. Dann können wir wieder abhauen. Ach, ich hab gedacht, das kann ich raus. Aber... Ja, wenn wir richtig hinkommen sieht man, dass das ein Steg ist. Figaro Süd. Nee, ich wollte eigentlich nicht... Ich meinte nicht Figaro Süd, sondern... Höhle müssen wir hier. Hier gibt's wahrscheinlich noch was. Stein war ich erhalten. Das hatten wir doch schon, gell? Item... Nee. Altstatus Stein. Gut, jetzt haben wir noch. Machen wir eins mehr. Ah, da geht's raus. Und tschüss. So ein Berg. Was ist denn das da? Eine Hütte. Das hier. Können wir das machen? Nee, da ist der Brunnen. Ist da was? Nö. So, ab ins Häuschen. Ah. Hm. Dieser Duft. Panik gehalten. Was ist hier was? Edgar. Das Geschirr. Er hat es immer benutzt. Kann ich dich raus? Nee. Seven war hier. Aha. Ah, alter Mann. Und was? Ihr kennt den Kerl? Natürlich. Vor ein paar Tagen ging er fort. Kurz nachdem... Moment, geht. Sorry. Kurz nachdem er von Dunkons Tod erfuhr. Er ging in die Berge. Ich hörte, Dunkons Sohn Vargas ist auch verschwunden. Das bedeutet nichts Gutes. Schön. Dann machen wir das auch. Da geht's nicht rein. Da nicht hier. Nee, da nicht. Hab Angst. Hätte er stehlen können. Bei einem sowieso. Oh. Oh, die halten aber doch einiges aus. Ich glaube, wir müssen uns doch so ein bisschen aufbauen, wenn das Fiff immer noch nicht tot ist. Die Kämpfe muss ich mir angucken. Oh, Level Up. Die Kämpfe muss ich mir angucken. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpowern. Ich weiß, wir laufen jetzt erstmal durch die Gegend. Hallo, Six-A-Ko. Stehlen. Herzeig. Nicht geklappt. Locker-Salver-Clown. Aua. Nicht geklappt. Ist. Okay, da müssen wir dann hin. Stehlen. Und jetzt... Leveler, wuuuuh. Bei Kämpfe werden wir nachher noch genug haben. Oh, das ist eine Höhle? Das passt. Was ist das für eine Höhle? War ich hier schon mal? Ich glaube doch, da waren wir. Ja doch, hier waren wir schon. Ach nee, ich kann an der Seite noch weiter. Stimmt. Ach. Ich glaube, da sind wir dezent zu stark. Gibt es doch bestimmt noch etwas. Ah, jetzt sag ich schon, da ist eine Kiste. Die holen wir uns noch. Dann gehen wir wieder raus. Wenn wir nix wieder halten. Gut, knipp mal mit. Na komm, wo ist der nächste Gegner? Ich würde gerne mal wissen, nach was für einem Prinzip hier neue Mobs... Oder nachdem man angegriffen wird. Weil man sieht ja nichts. Ob da jetzt wirklich welche rumlaufen. Oder ob da... Irgendwie, keine Ahnung, halt gewürfelt wird, ne? Random. Ach, jetzt klaut er gar nicht vorher. Ich glaube, das Level-Up geht generell jetzt relativ schnell. Wobei nicht bei den Mobs. Einen werden wir noch haben, oder? Nö, doch nicht. Gut. Total vergessen. Ja, ist ja schon eine Weile her. Ich habe übrigens auch noch keinen festen Plan, wann ich die Folgen rausbringe. Da habe ich mich also noch nicht festgelegt. Eigentlich wollte ich jeden... Ich bin am überlegen, ob ich jeden Donnerstag mache. Mal schauen. Das weiß ich noch nicht. Panic einmal geklaut. Cool. Nimm mal mit. Punkt da. Warum bin ich jetzt eigentlich runtergelaufen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Naja, gut. Gegen Gifte haben wir geklaut. Geht doch. Ist wahrscheinlich ein Level-Up für alle. Wenn die... Down sind. Da werden wir hin müssen. Mal folgendes. Ich werde folgendes machen, denn ich fühle mich gerade doch ein bisschen zu schwach. Weil... Wir werden wahrscheinlich in einen neuen Bereich kommen. Äh, wo konnte ich ihn nochmal speichern? Beziehungsweise... Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde an dieser Stelle ein kleines... Aufnahmepause machen. Ich werde in der Zeit ein bisschen... Ja, ein paar Kämpfe machen. Und danach geht es dann weiter. Und dann melde ich mich wieder. Weil das... Ja, ich glaube ich muss jetzt hier nicht eine halbe Stunde mit euch durch die Gegend laufen. Weil so lang werde ich jetzt nicht... Ich werde mich jetzt nicht voll aufbauen. Hier, wir haben jetzt... Äh... 7, 8, 9. Ich werde die so... Pfff, keine Ahnung. Vielleicht auf 12, 13 bringen. Das reicht. Weil, ähm... Man hat ja nichts gemacht. Und die Gegner werden schon schwerer. Und ja, ne? Ich habe ja auch nichts gekauft. Da kümmere ich mich jetzt ein bisschen drum. Das mache ich offscreen. Und, äh... Ja. Dann sehen wir uns... Im... Nächsten... Also nicht... Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Und da sind wir auch wieder. So. Jetzt ein bisschen gelevelt, ne? 11, 11, 12. Und ich habe auch ein paar Sachen gekauft. Das hier zum Relikt gekauft. Wir sind... Hui, sehr schnell. So. Jetzt machen wir weiter hier. Wir müssen nämlich da rechts hoch. Wo ich schon mal war. Ja, natürlich. Das war klar. Ein bisschen geklaut habe ich auch. Aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich doch mal gehen. So. Wollte gar nicht sagen. Der stimmt auch damit. Und... Der hat genug Schaden bekommen. Ah, dieses Gold, was wir da in dem... Haus des reichsten Bürgers von Südfigaro... Äh, uns, äh... Was wir da geglutet haben. Das hat sich bemerkbar gemacht. Werke Koltz. Was ist das hier? Was finden wir denn? Oh, ein Gegner. Schön. Sollten stark genug... Ich war noch nicht hier. Also, äh... Sollten eigentlich stark genug sein. Haupttisch mal. Äh, ja. Ich hab noch zwei, ähm... Waffen für Edgar gekauft. Also, ich hab alle ausgerüstet. Also, das sind... Äh, ja. Das sollten stark genug sein. Um hier eigentlich gut durchzukommen. Was gibt's denn hier überhaupt alles? Was gibt's denn hier überhaupt? Das ist ne Tür. Wo ich glaube ich nicht hin. Dass ich das eben richtig gesehen hab. Ein Viertelchen. Klauen wir die mal. Hat nicht geklappt. Bam, alle da. Wo gefällt mir das? Hä? 306 Goldstücke. Äh, da geht's nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier rein. Ist das ja unten lang? Nein, da geht's noch nicht lang. Hätte ja sein können. Da muss man halt immer mal schauen, ne? Manchmal geht's halt doch irgendwie lang. Man sieht's nicht. Nicht geklappt. Wieder nichts. Ist immer so interessant, was man von den Leuten klauen kann. Es gibt wahrscheinlich irgendwo auch Loot-Tabellen im Internet, aber... Glocke bekam Leveler. Wuuu. Hab ich keine Lust zu gucken. Ich hab auch nicht bis Level 12, äh, weitergelevelt. Sondern ich hab das, äh, gemacht bis die über 200 Life haben. Oh. Was war denn da? War mir dann irgendwie doch angenehmer. Tonic, schön. Haben wir mal gebrauen. Zumal siehe, die 1 ist, dass die Magie hat. Alles drauf. Äh, oh, die tut dir richtig weh. Steinweiche erhalten. Schön. Nimm mal alles mit. Geht mal 10 Schritte und schon den nächsten Gegner. Vielleicht auch irgendwelche Verwüstungen nicht geklappt. Wollen wir gehen? Das Gen wird mich nicht verlassen beim Zocken. Oh. Kann man ja nochmal klauen. Tonic. Nimm mal mit. Wie immer. Na komm, sterb. Uah. Tun ja richtig Aua, die Schweine. Boah. Flut HP noch. Gleich mal. Zum Glück klauen wir die ganze Zeit Tonic. Könnte ich aber mehr mitnehmen müssen. Natürlich gerade fest. Gut. Ich rechte das. Okay, dann müssen wir hinterher. Zwei Höhlen. Gut. Wir nehmen das offensichtliche. Wir gehen hinten lang in die Höhle. Wollen wir was klauen oder sterben die vorher? Die sterben vorher. Gut. So geht's auch. Oh, der ist allgemein stark, der Edgar. Zumindest am Anfang. Später weiß ich es gar nicht genau. Geh mal da rein. Kann ich nichts machen? Noch nicht wahrscheinlich. Oder generell nicht. W ist es nicht. Aber er ist zuerst locker eigentlich. Na, irgendein Clown. Danach sind sie eh tot. Gut. Oh, Moment. Geht da vorne. So. Wieder da. So, dann sind wir wieder. Hoffentlich sind wir nicht gleich richtig. Wir sind natürlich richtig. Nein, ich will die Kiste haben. Lass mich jetzt zurück. Ach. Ei, ei, ei. Ich hab grad noch geschafft. Ziemlich so warm. Aber... Jetzt muss ich gehen. Oh, fehl. So gefällt mir das. Mir gefällt alles, was gut für mich ist. Was positiv für die Truppe ist. So rum. Ja, ich will zurück. Weil ich will, äh... Ja. Na. Wird wissen, was... Ob ich die Kiste da kriege und was da drin ist. Oh. Natürlich. Oh, so viele. Warte mal erst dich da an. Ne. Ach Mist, ich hätte auf den da unten gehen sollen. Scheiße. Jetzt frägt der nämlich nicht. Mammut, oder? Ne. Jetzt kann er zuhauen. Oh, wieder fehl. Jetzt ist er down. Das gibt wahrscheinlich die XP. 141 XP Steinwerfer. Oh, und 440 Goldstücke. Die nimmt man mit. Da dachte ich, die erste Höhle ist die richtige. Muss zu holen. Jetzt nehmen wir uns hier die Kiste mit. Oh. Natürlich. Der stirbt dann jetzt auch gleich. Jetzt sterben alle 4. Ah, das Vieh tut richtig weh. Was ein Glück haben wir genug live. Das würde auch so ein paar Hitze aus. Wollte gerade sagen, das Vieh muss auch verrecken. XP 136. Steinreiche. Prima. Und was ist das drin? Zelt. Nehmt mal mit. Jetzt aber raus hier. Wobei zu richtigen. Nein. No. Wahrscheinlich nur, weil ich raus war. Die kann man auch verklauen. Nicht geklappt, Mist. Na komm, hau so. Bam. Oh, Level up. Fazl lernt. Was hat's er gelernt. Ne, was ist das Talent? Hier. Sauger. Shield gegnerische HP. Es ist praktisch. história. Ich hab das nicht geguckt. Praktisch ist es auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir da hoch Der springt dann runter Oh, jetzt will man Seitenangriff Go go Die zwei Und die haut den rum Die sind jetzt tot Und der da drüben ist auch tot Zack Erfahrungspunkte Ich komme jetzt hier runter Ah, ne, der ist dann da hoch Oh, natürlich Uah, was fällt dem ein? Uah Was ist das? Ist das die Stimme eben los? Ne Oder haben die den beides angegriffen? Hat den gezichtbar Äh, wo ist hier? Da rein Ah, ein Speicherpunkt, cool Nehmen wir natürlich wahr Dann muss uns ja was Bestimmtes Davor bestehen Wenn da ein Speicherpunkt ist Ja, natürlich ein Mob erstmal, klar Trillion BoE verfolgt mich Oh, können wir nichts verklauen Edgar Leveler Wuhu Äh, hä, hab ich da ein Gesicht in der Wand gesehen? Wenn ich jetzt spüren kann, ich hab da ein Gesicht in der Wand gesehen Nicht geklappt Also direkt über uns XP und Gold Okay, ne, das ist nur ein Muster Das sieht aber wirklich so aus Gott, das ist ein Weg Volle Breitseite Ähm Der da Ne Der da Und jetzt sterben alle Schlag Ah Mist Versagen ist ihm verrückt auch Schöne DGXP bekommen Äh, Item Gegengift Ah, ich hab zu wenig Tonic Der Halsche vielleicht Und dann ist er live Hm Finde ich gut Und auch wichtig Bäm 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 Oh, natürlich noch ein Mob vorher. Aber noch vier Stück. Drei down, vier down. Oh, level up. Schön. Das ist der letzte. Oh, das ist der letzte. Schickt euch, oder? Aua. Wer bist du? Sag mal, bist du hier? Du hast uns beobachtet, richtig? Brilliant. So ist es. Pech für euch, mich hier und jetzt zu drücken. So, Boss. Oh, die Dinger tun ein bisschen lober, glaube ich. Ja, die tun aber... Was zum Glück habe ich... Äh, ja. Können wir den überhaupt nicht sehen? Was auch die denn? Oh, das kann man noch mal mitnehmen. Oh, 134. Das kann man mitnehmen. Giftschleuder macht hier denn ordentlich Damage gegen den? Oh, das tat weh. Ich bin doch fort mit euch. Gib es auf, Harkas. Bist du das, Sabin? 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 Harkas, warum hast du das getan? Konntest du deinen eigenen Vater töten? Hammer. Er begann den Fehler, dich zu seinem Nachfolger zu machen. Statt mich. Meint sein Sohn. Aber er wählte doch dich. Du bist ein Lügner. Duncan wollte, dass du sein Nachfolger wirst. Nicht ich. Er schätze deine Gesinnung. Genug gelogen. Jetzt wirst du meine überlegte Technikosten. Todesangriff. Sturm ist Faust. Oh, oh. Zappeln. Duncan hat dich viel gelehrt. Es geht wohl nicht anders. Ironie des Schicksals. Wir lernten zusammen und ich töte dich. Ich weiß gar nicht, was das war. Das macht müde. Falsche Klingenseingabe. Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, dass ich was eintippen muss. Ich weiß gar nicht, dass ich was eintippen muss. Das wird jetzt lustig. Na los doch. Was ist denn? Ich habe, glaube ich, immer da was überlesen, oder? Wir sollten das beenden. Die Lehre des Meisters. Ich muss einen Blitz benutzen. Wähle Blitz und drücke links, rechts, links. Auf dem Steuergeräusch. An Knopf A. Wähle Blitz und drücke den A-Knopf. Wenn die Hand erscheint, gibt die Technik ein. Ich steuere kurz links, rechts, links drücken. Zum Schluss A, kannst du Bestätigung. Wenn der Fehler macht, passiert gar nichts. Okay. Das will ich jetzt machen. Links, rechts, links, A. Gut, versuchen wir es mal. Trommeln. Trommeln, ah. Also, was ist das? Ja. Leerde dich bereits dies. Wenn du so eine Machthung nicht gewesen wärst. Bam. Nüt war's. Sammeln. Mein Bruder? Ihr seid wieder vereint. Lügerer Bruder. Auf den ersten Blick dachte ich, er wäre ein ausgerissener Muskelheld von irgendwo. Muskelheld? Das sollte ich wohl als Kompliment sehen. Wie du mir auch sei, Bruder. Was machst du hier? Wir sind auf dem Weg zum Sabilgebirge. Zum Versteck der Löwen? Was? Mit der Hoffnung, die Welt würde wieder klug werden, zog ich mich zurück. Und jetzt wird aus Figaro ein Marionettenkönigreich. Jetzt ist alles gekommen, zurückzuschlagen. Das Imperium wird für seine Taten püßen. Ob ein Löwe, wie ich, euch wohl helfen könnte? Du kommst mit? Sammeln? Ich glaube, Dangenrod noch sanfter, wenn er weiß, dass, wenn er weiß, sein Schüler hilft dabei, der Welt den Frieden zu bringen. Also gehen wir. Woo! So, haben wir was für den. Äh, ausrüsten. Die haben wir geklaut, die Mitriegelklaue. Von nem Mob. Wer braucht denn jetzt... Alter. Das sollte reichen. Ja, natürlich. Jetzt sind wir aber immerhin schon mal zu viert. Riecht er da mal eigentlich alle oder einen in einen oder? Zelt erhalten, du Prima. Aber die Folge könnte heute natürlich länger werden. Aber das ist wahrscheinlich schon bekannt. Ist der nächste Stadt hier mal da oben? Auf zur City. Ja, noch zugleichen. Vielleicht halt auch so angreifen. Verneckeklar, das ist wichtig. Wow, 512 Boltzmanns mit zwei von den Spaten. Zieht es hier irgendwo nicht statt, oder nicht? Ist eine Höhle. Ich will eigentlich speichern. Scheiße. Okay, dann müssen wir weitermachen. Dann wird das eine sehr lange Folge. Wahrscheinlich. Ohohoho, one hit. Nicht geklapp. Zipo. Zup, 500. Oh, knapp. Jetzt ist das nix. Dann müssen wir doch da rein. König Edgar, hier entlang. Ich hoffe, ich kann hier speichern. Stimmt. Nee, erst mal alles absuchen. Sorry. Grüne Kirsche erhalten. Was ist da eine grüne Kirsche? Still. Heilstatus Imp. Aha. Erstmal hier alles abchecken. Kaufen. Ah, okay. Kann man lieber alle Sachen kaufen. Magier, ich habe halt den Stadler's Stumpen. Aber es sind Gold ausgegeben. Sorry, ich werde erst mit allen hier labern. Ich glaube, das Impairum würde uns nachher nach uns suchen. So, da ist eine Tür. Ist zu. Ja, jetzt sind wir zu dem Thema. Felix wird er erhalten. Jetzt muss ich dir wieder ansprechen, gell? Habt ihr Bannon gesprungen? Bannon gesprungen? Nein, habe ich nicht. Ah, speichern. Das ist glaube ich überschrieben. So, dann mache ich aber jetzt hier Schluss. Ich werde mir noch genau überlegen, wann ich die nächste Folge dafür veröffentlichen werde. Grundsätzlich habe ich als Idee den Donnerstag. Eventuell klappt es jetzt die ersten paar Male nicht so ganz. Aber wird dann, ja, wird auf jeden Fall dann zukünftig. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Ähm, ich werde es aber euch dann noch wissen lassen. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch für die kleinen Unterbrechungen heute diesmal. Ähm, wenn was sein soll, ab damit in die Kommentare auf Töter Facebook. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. In diesem Sinne. Tschüss.